Wolverine Cooler Typ Jedermanns Liebling Wolverine Lieblings-X-Man Schau, ich habe mir deine Akte nochmal angeschaut Und habe die Entscheidung getroffen, dich zu feuern Weil du nutzlos bist Was? Du bist nutzlos und gefeuert Gefeuert? Lass uns zuhören auf die Liste der atemberaubenden Eigenschaften von dir setzen Ich setze es direkt neben Besteht aus Metall Das Material, das der Typ, den wir am meisten bekämpfen Mit seinen Gedanken kontrollieren kann Aber ich habe die hier Ja, sehr beeindruckend Ebenfalls aus Metall, aber ich denke handlich Verwickeln dich in Kämpfe, bei denen du direkt neben deinem Gegner stehst Das ist deine Kraft Das ist alles, du fuchtelst Ich bin ziemlich wichtig für dieses Team, Bob Okay, lass uns mal annehmen Magneto steht am Ende der Brücke Und er tötet ziemlich viele Menschen Sehr viele Und wir kommen auf der anderen Seite der Brücke an Wir laufen auf ihn zu Du läufst zu Magneto Ich bin sehr schnell Okay, selbst wenn du sehr schnell bist Es wird eine Weile dauern Ein paar Minuten Das heißt was? Drei Dutzend Menschen tot Oder Storm fliegt Zwei Sekunden Und saugt ihn in einen Hurricane In einen gottverdammten Hurricane Problem gelöst Ich, ich habe ein Motorrad Vielleicht hätte ich das ausschreiben sollen Woraus ist ein Motorrad Gemacht Rohre Entschuldigung, sagtest du Rohre? Glas und Rohre Ich fühle, wie du dir vorstellst Wie ein Motorrad aussieht Und versuche es auch Es besteht aus Me Me Ta Metall 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 Aus Metall Es besteht aus Metall Was Magneto drehen und biegen kann Und er wirft dich von der Brücke Und jetzt bist du verfickt nochmal tot Ich bin sehr nützlich für das Team Vermutlich Wenn du nicht irgendwo Entsetzliche Visionen Von deiner Herkunft hast Wo komme ich her? Wo komme ich her? Nein, du verstehst mich nicht Niemand gibt nen Scheiß Fick drauf Aber wo komme ich her? Besorg dir ein Tagebuch, Logan Du musst woanders Gewinnbringende Arbeit finden Aber was soll ich machen? Wohin soll ich gehen? Interessiert mich wirklich nen Scheiß Wenn's nach mir ginge Würde ich dich und Biest Am Flughafen Gepäck Für die Transport-Sicherheitsbehörde Schnüffeln lassen Das ist eins deiner Eigenschaften, oder? Ich kann wirklich weit riechen Und das hilft uns nicht Du hilfst uns nicht Ich habe ein Motorrad Du bist nicht ganz da Oder? Ich bin nicht ganz da Sagst du das gleiche zu mir Was ich gesagt habe? Hast du etwa wiederholt Was ich gesagt habe? Wolverine Ich werde dir ein Rezept ausstellen Ein Antipsychotikum Und ich möchte Dass du es Ich habe ein Motorrad Du bist gefeuert Ich würde dich mit meinen Gedanken töten Aber es fühlt sich nicht richtig an Es fühlt sich an Als würde ich Ein behindertes Mitglied Vom Kast von Foodloose Niedermachen Hä? Gehst du jetzt Ein paar Nerds bekämpfen? Hey Wolverine Willst du mal meine Krallen sehen? Tschk tschk Hey Hey Bob Fick dich Tschk 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 Tschk